Okay, also, mal da lang gehen. Ähm, nochmal saven ein bisschen. Nicht, dass wir gleich abkacken. Also, ich muss sagen, Speicherpunkte gibt's hier viele. Das finde ich schon mal sehr gut. Hm, okay, also. Was haben wir denn? Ja, nur ein Pendel, was wir noch nicht benutzt haben. Ach! Snowball is relaxing. Der ist wieder dahin gekochen, wo er herkam. Hm. Hier haben wir jetzt auch nix, ne? Ne, leider nicht. Moment. Jaja, mach sie mich ins Hemd. So, ja, hm. Okay, gehen wir mal da entlang. In der Etik. So, hier hatten wir auch nix weiter, ne? Ah, doch, die Ketten, die können wir benutzen. Ach, geil. Hier muss ich doch noch irgendwas finden lassen. Hm. Leider nix, leider wieder nix. Verdammt. Okay, Moment mal, kann man das da eigentlich zerstören? Nee, okay, leider nicht. Enttäuschend, enttäuschend. Tja, mal sehen wir, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig, aber vielleicht nochmal da. Vielleicht nochmal hier irgendwie rein. Und dann da. Ah, ne, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Moment, ja. Immer mit der Ruhe. So, nochmal da hinunter. Da entlang. Hm. Alter, diese scheiß Geräusche, ey. Wie? Ich kann's nur erwähnen. Seid froh, dass ihr es nicht hört. Seid froh. War der irgendwas Neues? Ne, anscheinend nicht. Hm, was ich mit dem anfangen soll, weiß ich auch noch nicht so wirklich. Tja, ah, da kommen wir einfach mal. Alter, dieses Mädel, ey, weißt du? Okay, mal sehen, ob die irgendwas Neues hat. Ja, deine Augen. Hä, wie kann man denn ohne Augen weiterleben? Ganz ehrlich. Hm. Das ist ja echt strange. Und was sollen diese eigentlich, diese komischen Kackhaufen hier auf dem Boden? So, haben wir damit jetzt irgendwie The Door? Ja, ach, ne. Da passiert auch nichts, wenn man da irgendwie was dran macht, oder? Mein Fresse, ey. Bin ich gerade irgendwie zu dumm.